ARD Text im Auftrag von Funk Link ist unten in der Videobeschreibung Ich hoffe, dass er momentan funktioniert Ansonsten, sorry Den restlichen Familiencheck Alles klar Meckern, meckern, meckern Wo ist Mami, wo ist Mami Auch wenn Mami direkt vor eurer Nase ist Was? Das ist eine Kamera Das ist nicht die Mutter Geht, komm hier Beschäftige ich euch mit eurem Vater Wie kann man nur so klein und laut sein Das ist unnormal Und eine kleine traurige Nachricht vorweg Das kleinste der vier Babys Ist dann doch heute Nacht gestorben Ich meine, es ist ja auch ganz klein Geboren und ich habe es mir Schon fast am Anfang gedacht Aber es ist halt immer nicht so toll Vor allen Dingen euch das dann auch noch mitzuteilen Also und jetzt gucken wir uns den Rest mal an Und gucken wie es denen so geht Für alle, die sich mal fragen Mein Futter heißt Kaviar Nicht wie Kaviar der Fisch Sondern wie das Und bevor wieder alle rumheulen Nein, das ist nicht alles, was ich fütter Aber dadurch, dass sie jetzt gerade Babys haben Gebe ich lieber ein bisschen mehr Als zu wenig Außerdem kippe ich immer ganz, ganz viel Heu da rein Prinzessin Praline kann das bestimmt bestätigen Natürlich auch immer noch so viel frisches Zeug Wie es nur geht So, du darfst jetzt hingehen Oder, oder da Ey, da Da habe ich aufgefüllt Hi Alles klar? Hi, guck mal eine Kamera Oh, geil, Menschen Und nein, das war jetzt nicht eure originale Stimme Aber ich lasse mir noch was einfallen Wir sollen ja alle Stimmen kriegen Diese kacken Meerschweinchen immerhin ihre Dings Das habe ich nie verstanden Ich mache jetzt mal einen kleinen Test Ich stelle die jetzt hier hin Und hoffe, dass ganz viele Meerschweinchen kommen Wenn ihr ein Video wollt, wo ich nur Miepen mache Dann sagt mal Bescheid Das hält doch keiner aus Das wäre wild ein Video, wo dir nur die ganze Zeit Miep, Miep, Miep Nein, das ist nicht die Mutter Was? Ich bin nicht deine Mutter Auch wenn du immer zu mir kommst Ich bin es nicht Dieses intelligent guckende Gesicht Da, das ist dein Vater Geh zu deinem Vater Was ist es mit Meerschweinchen, dass die sich immer in meine Betten einwenden wollen? Hallo, alles klar? Ja, da ist deine Mutter Los, geh zu deiner Mutter Und du geh auch zu deiner Mutter Du darfst Hallo, Tatufo Du säugst wieder deine Babys Das wollen wir dich dann jetzt auch nicht dabei stören Das darfst du gerne machen Das war jetzt der Familiencheck Semmel Aber ich weiß nicht, ob Semmel auch genügend Hirnschmalz hat Keine Ahnung Also es sieht nicht so aus Gefallen euch die Geräusche auch so gut? Miep, Miep, Miep Hallo? Alles klar? Hi Sag tschüss Jetzt aber wirklich Sonst wird das hier nie zu Ende gehen Bis dann Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020